Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft! Wer hätte das vor einem halben Jahr gedacht? Die letzten Jahre war man lange vorher Meister, diesmal hat er kämpft und vielleicht ist es deswegen ein viel wertvollerer Titel. Respekt für die Mannschaft, Respekt aber auch für Trainer und Management, dass alle zusammengehalten haben und am Ende den Erfolg erzielt haben. Das war echtes Teamwork. Bayern ist stolz auf euch. Nächste Woche dann der nächste Schritt zum Double. Ich werde dann dabei sein. Alles, alles Gute für heute und nicht zu viel feiern. Nächste Woche müssen wir noch mal gewinnen.